Hallo zusammen, Thomas hier. Luminar AI ist noch nicht ganz fertig. Was ich euch heute zeigen kann und möchte, ist die aktuelle Beta-Version von Luminar AI. Ganz wichtig, das ist eine Beta-Version. Das heißt, ihr könnt Luminar AI, ob ihr vorbestellt habt oder nicht, noch nicht runterladen. Die Version ist noch nicht final, ist noch nicht fertig, wird noch nicht ausgeliefert. Aber es gibt eine erste stabile Beta-Version, die uns schon sehr schön zeigt, was alles möglich sein wird. Und das muss ich sagen, finde ich absolut beeindruckend. Denn die Möglichkeit der Vorgehensweise, Neudeutsch, des Arbeitsablaufes Workflows in Luminar kann sich für euch, wenn ihr das wollt, grundlegend ändern, weil auf Basis der künstlichen Intelligenz, der KI-basierten Bildbearbeitung, Luminar AI euch vollständige, fertig entwickelte Bilder anbieten kann. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ihr könnt das so machen, ihr müsst das nicht. Ihr bekommt Vorschläge von Luminar, wie ihr ein Bild ausprägen könnt. Durchaus eine Liste von verschiedenen Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Ihr könnt diese Bildbearbeitungsvorschläge nehmen, um aufbauend darauf, ne, darauf aufbauend, eure Bilder weiterzuentwickeln. Ihr könnt es aber auch komplett weglassen. Ihr könnt genauso eure Bilder von Grund auf selber weiterentwickeln, wie ihr das in der Vergangenheit gewohnt seid. Das hängt also von euch ab, wie ihr den Workflow gestaltet und was da an Potenzial drinsteckt, das will ich euch heute zeigen. Ich habe ein paar Beispielbilder rausgesucht. Und dann gucken wir uns mal an, was Luminar AI für uns zukünftig im Rahmen der Bildbearbeitung tun kann. Falls euch das, was ihr seht, gefällt, könnt ihr natürlich auch unverändert meinen Rabattcode benutzen und auch Luminar AI vorbestellen. Das wird wahrscheinlich so um den Jahreswechsel plus minus rauskommen. Das finde ich auch sehr schön. Nicht, dass das jetzt noch so lange dauert, sondern dass im Vergleich zu der Vergangenheit die Beta-Tester endlich wohl auch frühzeitig eingebunden werden. Denn es sind jetzt locker noch plus minus sechs, sieben, acht, ganz genau kann es natürlich keiner sagen, Wochen, also ganz grob vielleicht zwei Monate, bis die fertige Version dann auch offiziell verfügbar sein wird. In der Vergangenheit war es so, dass die Beta-Tester knappe Woche vor dem eigentlichen Release die Beta-Version bekommen haben und sich schon mal vorbereiten konnten auf das, was kommt. Jetzt haben wir fast zwei Monate Zeit und offenbar hat Skylum aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und will jetzt auch die Beta-Tester stärker mit einbinden, Bildbevorschläge, was man vielleicht noch ändern könnte. Und dann musste Fehler, die gefunden werden, die in der Vergangenheit dann gar nicht mehr ausgemerzt werden konnten, das konnten, dass die jetzt auch dann gleich mit einbezogen werden und dass man sie gleich beseitigt, sodass ich hoffe und guter Hoffnung bin, dass dann Luminar AI in der ersten Version, wenn es rauskommt, endlich fehlerfreier laufen wird. Und, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die Beta zumindest ist deutlich schneller als das, was wir bisher gewohnt waren. Der Bildaufbau geht wesentlich schneller und auch das Scrollen durch den Katalog ist nicht mehr mit langen Wartezeiten verbunden, wo man dann nur noch schwarze Quadrate oder Klötze sieht und warten muss, bis man die Bilder sieht. Das geht jetzt schon mal deutlich flüssiger. Also auch da scheint man an der grundlegenden Architektur eine Menge getan zu haben. So, und was wie gesagt an Potenzial möglich ist oder an Bildbearbeitungsmöglichkeiten, das gucken wir uns jetzt mal mit ein paar Bildbeispielen an. Bevor wir das tun, wenn es um Bildbearbeitung geht und um Fotografie, die Workshops der RAW Academy sind für euch die schnellste und beste Art, Bildbearbeitung und Fotografie zu lernen. Denn bei unseren Workshops geht es um eure Fotos. Bei uns guckt ihr nicht irgendeinem Lightroom oder Photoshop-Profi zu, wer seine Fotos bearbeitet und mit irgendwelchen Techniken arbeitet. Bei uns arbeiten wir mit euren Fotos. Jeder Workshop wird für euch individuell mit einem Konzept versehen. Wir erstellen ein individuelles Konzept für euren Workshop. Wir zeigen euch, was ihr aus euren Fotos rausholen könnt und welche Techniken für eure Fotos dafür die optimalen sind. Mit den Workshops der RAW Academy lernt ihr genau das, was ihr lernen wollt. Und das lernt ihr genau dann, wenn ihr Zeit dazu habt. Alle Infos zu den Workshops der RAW Academy findet ihr unten im Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt gucken wir uns Luminar AI, wie gesagt, in der Beta. Das Erste, was wir sehen, wenn wir Luminar AI aufmachen, ist, dass sich vom grundlegenden Konzept gar nicht so viel geändert hat. Muss ja auch gar nicht. Aber wir sehen, dass man die Bearbeitungsbereiche jetzt in die Mitte gelegt hat. Und ansonsten ist das hier oben noch aufgeräumter als jemals zuvor. Und wir haben einen neuen Bereich bekommen, Templates. Und genau das ist das Herzstück, was die KI-Leistung von Luminar AI ausmacht. Und mit ein paar Bildbeispielen gucken wir uns auch gleich diesen Bereich Templates und das, was dabei rauskommt, genauer an. Ansonsten, ich habe es gerade angesprochen, läuft sogar schon jetzt in der Beta Luminar flüssiger. In der Vergangenheit war es so, wenn ich in so einem Katalog oder einem Teilbereich des Kataloges mit den Bildern rauf und runter gegangen bin, dann hatte ich fast immer das Problem, dass es eine Weile gedauert hat, bis dann die neue Sicht für die nächsten Bilder, auf die ich gesprungen bin, bis sie überhaupt sichtbar war. Da war das oft so, dass die Bilder gar nicht zu sehen waren, da war alles schwarz oder in so einem sehr dunklen Grau. Und ich musste teilweise sehr lange warten, bis die Bilder aufgebaut waren. Und jetzt kann man sehr flüssig in dem Katalog, ihr seht das hier, hin und her springen. Das ist natürlich noch ein relativ kleiner Übungskatalog, beziehungsweise der Ordner hier hat nur 466 Fotos. Trotzdem war das in der Vergangenheit wesentlich weniger schnell, als es das jetzt ist. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch genau mit dem an, worum es heute gehen soll, um den neuen Workflow, um das, was uns die KI an Vorschlägen liefert. Und dazu habe ich mal ein paar Bilder rausgesucht. Und wir fangen mal mit dem Bild an. Ich mache das nicht großartig auf, sondern ich gehe, ich mache es schon auf, aber ich gehe auf Templates. Und Templates ist genau das, was letztendlich die KI ausmacht. Und ihr seht, das Bild ist jetzt schon in einer gewissen Weise ausgeprägt. Und das Bild, das wird gleich wieder zurückspringen, das ist dann momentan einfach noch Beta. Das ist gar keine Frage, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Das kann noch gar nicht flüssig laufen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben noch fast zwei Monate Zeit, oder plus minus zwei Monate, bis das fertig ist. So was ist dann alles raus, weil ich natürlich mit den Fotos alles schon mal ausprobiert habe, damit ich auch weiß, was ich euch zeigen kann. Schöne herbstliche Szene in Lapland. Und wenn wir hier auf Templates gehen, dann seht ihr einen ganz neuen Bereich. Den gab es vorher so her nicht, gab es vorher so her, gab es vorher so nicht. Und der ist neu und das ist das, was den Großteil der KI-Leistung ausmacht. Denn wir bekommen hier eine ganze Reihe von Entwicklungsvorschlägen. Das sind, wie gesagt, im Prinzip sind das wie die Presets, wie die Vorlagen. Nur die haben ein Foto immer in einem gewissen Stil ausgeprägt. Und hier bekommen wir einen vollständigen Entwicklungsvorschlag. Und für dieses Foto oder für jedes Foto wird immer eine spezifische Auswahl von Entwicklungsvorschlägen erstellt. Das dauert einen Moment. Und wenn das soweit ist, dann bekommen wir eine Auswahl. Die ist jetzt hier auch noch ein bisschen sehr an den Rand gequetscht. Auch das, weil wir hier viel Platz haben, wird sich sicherlich alles noch ändern. Deswegen also auf solche Sachen müssen wir heute gar nicht achten. Es geht erst mal nur um das, was funktional möglich ist. Wir sehen also, dass auf Basis dieses Fotos die KI sich entschieden hat für den Auswahlbereich Blockbuster, Ocean Life und Nature. Und was ich jetzt mal nehme, ist mal Ocean Life. Wahrscheinlich Ocean, einfach weil Luminar erkannt hat, hier ist eine größere Wasserfläche. Gehen wir da mal drauf und dann seht ihr, dass innerhalb der Entwicklungs- oder Vorschlagsbereiche es wiederum eine Liste gibt, aus der wir auswählen können, welchen Entwicklungsvorschlag wir nehmen wollen, welchen wir als vielleicht Grundlage nehmen wollen für unsere Bildbearbeitung. Und da können wir dann durchgehen und damit es ein bisschen schneller geht, ich sagte ja, ich habe mir die Bilder alle schon angeguckt, vorbereitet, eine sehr schöne, fertige Entwicklung, fast fertige Entwicklung finden wir mit Soft Fix. Fertig. Und ich muss sagen, das ist schon fast das Foto, wie ich selber in Lightroom und mit Photoshop ausgeprägt habe. Was kommt raus? Das ist eine wunderbare Herbstszene in Lapland. Was kommt raus? Diese leuchtenden Herbstfarben, obwohl es ein sehr stark bedeckter, trüber Tag war. Wir sehen die verschiedenen Farbnuancen, wir sehen schon die Rotfärbung in den Birken, wir sehen das Gelb in den Birken, die noch nicht ganz so weit sind wie die Birken da hinten. Wir sehen vor allen Dingen auch sehr schön diese bunte Herbstfärbung auch in dem unteren Bereich, in der Spiegelung des Sees. Also ganz ehrlich, die Aufnahme könnte man eigentlich so stehen lassen. Aber ich habe ja gerade gesagt, das muss man ja so nicht tun, sondern wir können jetzt einen Schritt weiter gehen. Wir gehen auf die Entwicklungseinstellung, auf das Edit-Modul. Achso, nur falls ihr euch wundert. Ich habe es aktuell in Englisch stehen, ganz einfach, weil es mir dann leichter fällt, auch die richtigen Begriffe zu suchen oder zu sehen und zu benutzen, wenn ich mich mit dem Skylum Support austausche, um Dinge, die mir auffallen, vielleicht auch Fehler, die mir auffallen, damit wir dann gleich die richtige Sprache sprechen, denn die Kommunikation läuft auch auf Englisch. Also seht mir das nach. Es gibt auch schon eine deutsche Version, aber ich habe es jetzt einfach mal auf Englisch stehen lassen. Also Edit-Bearbeiten. Und was wir jetzt auch hier sehen, ist, dass die Bearbeitung stattgefunden hat im Bereich Essentials, also bei den grundlegenden Bearbeitungsoptionen, die wir hier finden. Und wenn wir jetzt hier mal hingehen, dann seht ihr, dass, wenn auch noch relativ schwach, an den Essentials, an den grundlegenden, ein Punkt ist. Und wenn wir auf die Essentials gehen, haben wir einige Werkzeuge, die zur Anwendung gekommen sind. Auch hier alle, die mit einem Punkt markiert sind, die wurden von Luminar, von der KI, in die Bildbearbeitung mit einbezogen. Und das ist einmal Composition AI. Das gucken wir uns gleich noch separat in einem anderen Foto an. Weiterhin wurden bei der Belichtung Anpassungen vorgenommen, und zwar hier in dieser Form. Wir können gucken, bei den Kurven nicht und bei Black & White auch nicht. Der Essential AI Filter wurde, ich sage mal, erwartungsgemäß mit, in dem Fall, einem Wert von 10 angewendet. Die Farben, natürlich wurden die Farben angewendet. Wir haben ja gesehen, dass die Farben kräftiger sind und stärker leuchten. Und dementsprechend sehen wir hier, dass hier gar nichts gemacht wurde, aber im Bereich Hue, Saturation, Luminance, also Tönung, Tonung, Sättigung und Farbhelligkeit. Hier wurden Anpassungen vorgenommen, in dem Fall bei Hue, also bei der Tönung, bei der grundlegenden Einfärbung des Fotos, bei der Sättigung und bei der Luminanz, wurde im Blaubereich ein bisschen angehoben. Also das ist der Entwicklungsvorschlag von Luminar. Und ansonsten haben wir noch den Bereich, die Noise, es wurde wahrscheinlich für die Wasserfläche, wurde auch noch ein wenig entrauscht. Sowohl im Bereich des Farbrauschens, als auch im Bereich des Luminanzrauschens. Und in Ergänzung dazu habt ihr hier unten einen Regler, der die Intensität, mit der die Bildbearbeitung erfolgt, kennen wir aus den bisherigen Versionen grundsätzlich auch, auch nochmal geregelt werden kann. Wenn ich den auf 0 setze, dann sehen wir die Aufnahme in der nicht ausgeprägten Version. Und bei 100 sehen wir natürlich die volle Ausprägung der vorgenommenen Entwicklungseinstellung. Und natürlich alle Nuancen dazwischen. Unverändert könnt ihr natürlich auch den Nachher-Vorher-Vergleich machen. Vorher-Nachher. Und ich finde, das Bild hat wirklich positiv gewonnen. Und ich habe es eben schon angedeutet, ich finde, da muss man nicht mehr sehr viel dran machen. Und dann natürlich auch den Regler Vorher-Nachher, sodass wir das über das Bild legen können. Also das hat schon mal sehr gut funktioniert. Schauen wir uns das nächste Foto an. Das ist eine Aufnahme, die habe ich sogar am gleichen Tag gemacht. Auch in Lappland im Herbst. Im Übrigen, alle Fotos, die wir jetzt sehen, sind aus von meiner Tour in Lappland. Und jetzt haben wir die Ursprungsvariante. So kam das RAW-Foto aus der Kamera. Im Übrigen, alle Fotos, mit Ausnahme des nächsten, sind RAW-Fotos meiner Nikon Z7. 45 Megapixel-Fotos, Latein. Und ich habe es eben angesprochen, Lumina in der Beta ist jetzt schon schneller als das, was ich von Lumina 4 gewöhnt bin. Die 45 Megapixel-Fotos sind schneller im Zugriff, als wir das bisher gewöhnt sind. Die Engine, die Maschine, die Architektur darunter scheint also auch deutlich verbessert worden zu sein. Gucken wir uns das Ganze wieder an mit Templates. Und da kriegen wir eine weitere oder eine andere Auswahlliste. In dem Fall Lifestyle, Artistic und Nature. Nature wäre sicherlich das, was wir zunächst wählen würden. Ich habe sie alle durchprobiert und ich bin fündig geworden bei einem sehr interessanten Entwicklungsvorschlag bei Lifestyle. Den hätte ich so nicht vorgenommen, aber ich muss sagen, der Effekt gefällt mir sehr gut. Und zwar ist das in dem Fall Nighthawks, Nachtschwärmer. Gucken wir uns mal an, was uns Lumina da vorschlägt. Lumina hat das Foto als Nachtaufnahme ausgeprägt und hat die hellen Birken, die herbstlich gefärbten, hellen, gelben Birken, heller ausgeprägt, stärker herausgehoben. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Entwicklungseinstellung als Grundlage für eine weitere Bearbeitung, wenn ich sie in schwarz-weiß ausprägen wollte, sehr, sehr gut. Also, das hat mich auf eine Idee gebracht, das Bild in einer ganz anderen Art und Weise und vor allen Dingen auch gar nicht farbig auszuprägen. Gehen wir zum nächsten Foto. Ich sagte gerade, alle Fotos mit Ausnahme des nächsten, und das ist jetzt das hier, sind RAW-Dateien meiner Nikon Z7 mit 45 Megapixel. Das hier ist eine Drohnenaufnahme mit dem DJI Mavic Mini. Und ich habe schon gesehen, das ist jetzt hier quasi umgekippt und ihr hattet das Bild schon analysiert. Und da gucken wir uns mal an, was wir an Entwicklungseinstellungen bekommen können. Und da gehe ich mal auf, nee, da bin ich schon im Template, da wollte ich nicht hin. Da, nee, schon wieder. Dann klicke ich mal hier rein. Dann gehen wir mal, so. Dann gehen wir mal auf Natural Sky Collection. Und die Entwicklungseinstellung, die mir hier sehr gut gefällt, ist gleich die erste. Das ist Silken Skies. Natürlich haben wir relativ viel Himmel drin. Und ich muss sagen, das ist schon das zweite Foto, das ich eigentlich selber in Lightroom und in Photoshop so ausgeprägt habe. Denn es kommt alles das raus, was die Aufnahme ausmacht. Erstens, es ist eine herbstliche Aufnahme. Wir kriegen wunderbar die Herbstfärbung, rötlich, gelblich, wunderbar hier rein. Im Gegensatz zu den Nadelgehölzen, die weiterhin grün bleiben. Der Himmel wird schön und etwas kräftiger ausgeprägt. Auch hier kriegen wir schön diese Herbstfärbung rein. Und auch selbst der Baum hier wird ein bisschen scheinbar, ein bisschen intensiver ausgeprägt. Genau so, wie ich das selber auch ausgeprägt habe mit den schon genannten anderen Programmen. Die Aufnahme ist für mich, so wie sie bearbeitet ist, schlicht und ergreifend fertig. Kommen wir zu einer nächsten Aufnahme. Wie gesagt, ihr seht, wir können das auch hier unten auswählen, wenn wir auf Template stehen bleiben. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann kriegen wir hier erstmal Essentials. Und ihr seht jetzt, das Ganze ist umgesprungen. Jetzt ist die Analyse des Fotos abgeschlossen und wir bekommen die Vorschläge für die verschiedenen Entwicklungsbereiche und darin dann die Listen der Entwicklungsoptionen. Und bei dem Foto will ich jetzt gar keine Entwicklungsvorschläge haben. Hier möchte ich euch nämlich einfach nur nochmal zeigen, wie Composition AI arbeitet. Wir gehen also hier drauf, dann passiert erstmal noch nichts. Wir sehen den Rahmen, der das gesamte Bild, den gesamten Bildschemausschnitt umfasst, so wie er aus der Kamera kam. Und wenn ich jetzt hier auf Composition drücke, dann dauert es wieder einen Moment. Und dann seht ihr, dann bekomme ich von Luminar von der KI einen Vorschlag, das Bild anders zu beschneiden. Und grundsätzlich ist die Art und Weise, wie das Bild beschnitten wurde, durchaus sehr ähnlich auch dem Beschnitt, den ich selber vorgenommen habe. Was zum Beispiel sehr intelligent ist, ist, dass dieser störende Ast rausgenommen wurde. Denn der stört im Himmel. Natürlich können wir ihn auch im Nachhinein mit dem Pinsel oder dem Reparierenwerkzeug selber rausnehmen. Aber offenbar hat die KI schon erkannt, da ist ein störendes Element. Also wählen wir den Ausschnitt so, dass dieses Element gar nicht mehr drin ist. Ich habe beim Fotografieren eigentlich zu viel von den Gesträuche unten mit reingenommen und habe selber tatsächlich die Aufnahme genau in dieser ähnlichen Art und Weise beschnitten, indem ich einfach den Bereich ein bisschen knapper gefasst habe, damit vor allen Dingen auch der Baum mit der Wurzel stärker rauskommt. Also geht das schon durchaus in die richtige Richtung. Ihr müsst es natürlich nicht dabei belassen. Ihr könnt jederzeit natürlich hier eingreifen, den Rahmen anfassen und die Aufnahme selber frei verändern. Ihr könnt den Ausschnitt wählen. Dann springt allerdings zumindest jetzt in der Beta das Ganze wieder zurück auf die Ursprungsvariante und dann ziehen wir das Bild mal, behalten wir mal den 3 zu 2 Ausschnitt. Und ich habe das in etwa in dieser Form beschnitten. Ich habe da allerdings den Himmel ganz reingenommen bei meiner Bearbeitung, die ich im Vorfeld schon natürlich vor Luminar AI vorgenommen habe und habe den da rausretuschiert. Ihr seht also, dass der Bildbeschnitt, der uns vorgeschlagen wird, durchaus schon, zumindest nach meinem Dafürhalten, in die richtige Richtung geht und auch bei der Aufnahme dem grundlegend entspricht, wie ich selber vorgegangen bin. Und noch eine letzte Aufnahme. Dazu gehen wir nochmal in den Katalog und dann nehmen wir mal das Foto. Und da passiert etwas, das hat mich wirklich verblüfft. Also gehen wir mal auf die Templates. Lassen wir das analysieren. Wie gesagt, ihr seht wieder Essentials. Und jetzt ist die Analyse fertig und jetzt bekommen wir konkrete Vorschläge für dieses Foto. Und aus den Vorschlägen habe ich mich bei meinem Rumprobieren für die Savannah Collection entschieden und da für Bitter Cold. Und pass mal auf, was jetzt passiert. Ich wende das an. Erstens geht es wirklich auch wieder in die Richtung, wie ich die Aufnahme ausgeprägt habe. Ich habe sie schwarz-weiß ausgeprägt. Die Option wird uns hier auch angeboten im Übrigen. Schwarz-weiße Variante. Schauen wir mal, was passiert. Das wäre mir jetzt zu hell. Da würde ich auf jeden Fall steuernd eingreifen. Was mir aber an Bitter Cold sehr gut gefällt ist, und das habe ich dann letztendlich auch getan, wenn wir mal von der Randabschattung des verwendeten Filters bei 14 mm absehen, wir kriegen eine Vignette. Luminar KI, Luminar AI schlägt bei diesem Foto vor, es wäre sinnvoll, eine Vignette zu verwenden, um den Fokus stärker auf das Motiv mehr in die Bildmitte zu zwingen. Genau das habe ich bei meiner Entwicklung auch getan. So, dann gucken wir uns nochmal an, wie das dann im Edit im Bearbeitungsmodus aussieht. Ihr seht, in den Bereichen, im Bereich Creative oder Kreativ und im Bereich Grundlagen wurden Entwicklungseinstellungen vorgenommen, die Belichtung wurde angepasst, der Accent AI Filter wurde sehr moderat verwendet, im Übrigen deutlich moderater als ich das normalerweise von alleine tue, die Struktur wurde verwendet, Farben wurden angepasst, klar, und hier unten die Vignette wurde ausgewählt. Und wir sehen, dass in welchem Maße, natürlich auch das können wir jederzeit wieder ändern, aber was mich wirklich verblüfft hat, dass die KI, das Luminar AI bei diesem Foto, wie ich finde, sinnvollerweise das Verwenden einer Vignette vorschlägt. Ihr habt gesehen, was Luminar AI zu leisten in der Lage ist und wie weit schon die Bildbearbeitungsvorschläge gehen. Wie gesagt, ihr müsst das nicht akzeptieren, aber ich muss sagen, da waren für mich, ihr habt es ja gerade eben auch schon gesehen, da waren durchaus ein paar interessante Ideen dabei, ein Bild zu entwickeln, wie ich sie wahrscheinlich nicht entwickelt hätte, aber ich fand, das war eine sehr gute, sehr interessante Idee. Also durchaus kann KI auch in gewissem Maße die Kreativität steigern, indem uns die Software auf neue Ideen bringt. Und natürlich ist die KI auch sehr schön für all diejenigen von euch, die noch nicht so firm sind in der Bildbearbeitung, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit der Bildbearbeitung. Und gerade am Anfang, das kennt jeder, ist man erstmal total überwältigt von den vielen Einstellmöglichkeiten, von den vielen Reglern. Und dann auch noch die Kombination der Regler zueinander, was benutze ich wie und was wirkt sich wie aus. Das braucht also sehr viel Erfahrung und da kann uns die KI durchaus, oder euch, gerade wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, schöne Ansätze liefern, dass ihr einfach mal schauen könnt, wie wurde denn das Bild entwickelt, welche Regler wurden genommen, welche Bildbearbeitungswerkzeuge wurden genommen, wie stark wurden die ausgeprägt, um daraus durchaus zu lernen, wie man ein Bild entwickeln kann. Ganz, ganz wichtig. Ihr solltet euch natürlich nicht dauerhaft von der KI das Heft aus der Hand nehmen lassen. Das ist jedenfalls mein Vorschlag. Aber ihr könnt die KI nutzen, um erste Ideen zu bekommen und vielleicht auf diesen Ideen weiterzuentwickeln, wenn ihr das möchtet. ... ... Vielen Dank.